Oh, Tante Davies. Oh, Tante Ottilie. Was tut eigentlich Thorsten Wohms im Haushalt? Dann genügt schon Tante Ottilie. Und die Scheibe kann reißen. Speziallatz injizieren, veredeln, fertig. Wieder stabil. Was tut eigentlich der neue Leiter für Kundenzufriedenheit? Befriedenheit im Haushalt. Wir gehen erst wieder, wenn der Haushalt läuft. Was tut eigentlich dein Mann im Haushalt? Ich dachte schon, ihr lasst mich bei 1&1. Das kostet sich die Selbstbeteiligung. Er putzt die Fenster bei 1&1. Aber manchmal gibt es eben Dinge, die kann man am Telefon nicht regeln. Wie zum Beispiel bei Tante Ottilie. Dann reden wir auch nicht lang um den heißen Brei herum, sondern kommen wir persönlich vorbei. Thorsten Wohms. 1&1. Wie hätte ich euch denn sonst alle zusammenbringen sollen? 1&2. 2&4. 1&5. 5&5. 5&6. 9&9. 9&9.